So, da bin ich wieder... Ja... Wir wollten grad die Hülle kennen, ne? Ach ne, wir wollten ja... So war das ja, genau... Warum ich vorhin die Eiseneimer überhaupt mitgenommen hab mit dem Wasser? Nur mal ums ganz kurz zu erklären... Wenn ich auf ein Lava Plus treffen sollte... Wo kein Obsidian ist... Ich mein, unser Ziel ist ja immer noch... In The Never zu kommen... Und von dort aus den ETHER... Nicht wie sonst... Let's Play Minecraft The ETHER! Ne? Auch wenn's Ever heißen soll oder so... Aber das geht irgendwie scheiße... Es geht irgendwie ewig... Also E-V-E-R... Ever... Och scheiße... Sag lieber Never und... Wohl, das kann ich fast so aussprechen... Ich kann ja nicht niemals... Okay, ich sag Ever... So... Ever... So schönes Ever... 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 Ähm... Im Sinne, dass mich hier kein Monster erwartet... Im Sinne, dass mich hier kein Monster erwartet... Es ist mir dunkel... Da kann ich doch irgendwie vermuten, dass da nix drunter ist... So... Ja... Kurz umpositionieren der Mauch... Weil wegen Baum und so... Aber hier gibt doch interessante Verpflegung bei mir... So... Fitterkrab und so... Ein bisschen komische... Blutsgebäde... Da muss ich mir ja fast schon Angst drehen... Hm... Doch, da ist schon witzig ne... Ich weiß gar nicht, ob der Ether auch einen... Ehm... Anderen Laps Spawner... Ne... Glaub aber nicht... Doch es hat immer einen anderen Laps Spawner für E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E... E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E ich bin da ich glaube ich gebe das mal zurück zu meinem Haus, guck ob ich um 40 Leute von da und kann und schau euch mal was das auch angeschmelt aus und das lag, 2 mal ein Brüch auf Doom das liebe ich an meinem Jahre jetzt sagt sich, oh no, ich mag es allgemein mein PC hast mich, um ehrlich zu sagen ja ich glaube, dass ich alles gleich zusammen schneiden oder später oder die nächste oder wachsen wenn ich renne, dass ich nicht sofort mit dem ich es aufnehme ich weiß, dass meine Leistung vom PC einfach nur scheiße ist ja, also kurzer Schmidt und so und dann bin ich bald wieder da ah, FPS for the fail und so und so